Gut, eh mit dem Fahrrad, hey. Kann ich uns jetzt vorhauen mit dem Fahrrad? Was? Kann ich jetzt grad vorhauen mit dem Rad? Weil du mit dem Fahrrad hättest. Ich würd auch gleich gerne fahren. Nein, ich wollt dich nur was fragen wegen dem Fahrrad. Ja, guck mal, komm mal her. Das ist ganz billiges Fahrrad. Nein, nicht wegen dem Fahrrad. Das ist mir doch scheiße. Ja, das sieht doch geil aus das Fahrrad. Das Schajake-Fahrrad. Nee, weil die wollen ja jetzt hier die Ringe einspurig machen. Und dann nur für die Fahrräder. Dass die Fahrräder richtig ja sehen können. So. Ja, aber ist doch schon gut. Ja, die wollen halt noch weiter verändern. Ja, ne, ist doch schon gut. Wie findest du das? Ja, ne, ist doch in Ordnung. Wenn mein Haus hat nicht übertreiben, ist doch in Ordnung. Genau, sehe ich auch so. Ja, genau. Weil, ist doch schon eigentlich gut. Guck mal, der Stau, dann die Abjase, da durch das System. Genau. Ja. Früher? Früher in Straßenbahn. Ja. Ja, ja, ja. Genau, ja. Jetzt komm dir nur auf die Idee, wohnen die Ringe unter Tunnel, damit die Fahrräder um den Tunnel fahren können. Wie in U-Bahn. Ja. Ist doch in Ordnung, ne? Ja, ja. Wollte ich mal deine Meinung hören? Ja, kein Thema. Mach vorsichtig und pass auf das Fahrrad ab. Ja. Ach, hier kommen auch die Junkies rein? Was machen die dann? Die randalieren da drin? Dreck raus. Ah, ich dritte Dreck raus. Ob der Korbung fällt, ich weg damit. Dafür sind wir hier. Ja, aber schon schlimm genug. Im DM-Security. Siehst mal, wo wir schon leben, Junge. Im DM muss die Security im Nächsten. Hörst du das beim Friseur? Wenn du beim Friseur sitzt, hättest du auch eine Security. Muss ich da mal reinziehen, wie weit wir schon gekommen sind. Was ist los in dem Land? Das darf doch nicht sein. Das ist doch mal der Polizeifischzustand. Die kommen leider zu spät. Ja, die kommen immer zu spät. Die schlafen wahrscheinlich mit dir hier. Sie fahren extra langsam. Die haben nicht jetzt Elektromotoren. Die Autos laufen jetzt langsamer. Weiß was ich meine. Wir laufen länger, bis sie hier sind. Aber ist schon schlimm so jetzt. Finde ich echt schlimm. Leider. Ist wirklich so. Ich meine, für die ist das gut. Das ist ein Job, aber trotzdem. Kann das nicht sein. In deinem DM, dass die Leute nicht nochmal einkaufen können. Ist schon ein Knaller. Leider. Jetzt machen Sie das Video vom Friesenwald. Ja, nicht so hin bei den Junkies. Dann pass auf dich auf, ne? Ja, ich mache das. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Der M. In der Bäckerei. Hey, da steht noch keiner. Weil die Leute randalieren, die Junkies. Da musst du dir mal reinziehen. Die Leute können nicht mehr normal einkaufen gehen. Es ist immer die Gefahr, dass irgendwas passiert. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt alle abrüsten. Mit Pfefferspray und so einem ganzen Scheiße. Hör mal. Das hat sich so verändert. Da gibt es die Kavallerie. Die Blaufuhrung gefahren sind. Ja, da. Uh. Ja. Du machen so, als wenn sie mich nicht sind. Ja, ja. Hast du gehört? Elektromotor. Hörst du auch gar nicht mehr? Ja. Wahnsinn. Und ja, ist schon alles traurig. Also, hier wird ja nichts noch. Und wenn wir das alle verdanken können, wissen wir ja. Muss ich ja gar nicht wieder sagen. Krieg ich wieder Wot. Geh mal den Nacken hoch. So. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach das gut, ne? Ja. 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 Ja.